Äh, warte mal. Achso, jetzt geht noch nicht los. Hä? Wie ist das? Achso, stimmt, ich hab das Spiel brauchen. Okay. Hast du das Story gemacht? Ja, hab ich. Du anscheinend nicht? Nee. Nee. Das ist ein Klon von Dingen, das Dark and Darker, also... Ja, genau, eins zu eins. Klon. Da war wirklich nix los. Diese... Ja, das stimmt, es gibt nix Neues, aber... Dungeon Crawler gibt es schon seit... Ja, aber neun wie Dark and Darker. Oder so. Die Gegner sehen genauso aus, die Waffen sehen genauso aus. Ja, also Grafikstil find ich schon ein bisschen sehr viel anders. Hä, warum hast du jetzt ne Fackel gekippt? Achso, mit G. Aha, okay. Na dann. Warte man auch immer an verschiedenen Orten. Ja. Ja. Aua. Warte mal ein Stab von euch. Hä? Wieso ist er da aufgestanden? Was geht denn? Hat er sich wiederbelebt, oder was? Also, cool. Ja, hallo? Willst du auch angreifen, oder? Ja, sonst trifft ich dich. Na ja. Dann läufst du drauf zu, greifst an und gehst zurück. Ja, aber wenn du in der Nähe davon bist, dann trifft ich dich auch. Wenn direkt in der Nähe bist, trifft ich dich auch. Ja, okay, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal scheiß ich auch auf deine Gesundheit. Du hast eh schon Schaden gemacht. Ja, einmal ganz kurz. Ja, einmal ganz kurz. Deswegen hab ich aufgehört. Oder hätte ich weitermachen sollen. Okay, mal gehen wir weg. So, hä? Warum ist denn der zweite abgehauen? Hä? Das ist mit dem Gegner. Okay. Ne, das ist für Leder. Wer braucht denn nicht Leder? Warum kann ich das nicht? Warum kann ich Leder nicht anziehen? Achso, weil ich Platte hab. Wann ich jemand Leder anziehen, oder nicht? Hm, okay. Okay, dann behalte ich's einfach. Bist du Fighter? Ich bin, äh, so Knight. Er ist Fighter. Knight, nicht Fighter. Was heißt Fighter? Naja. Schild und Schwert, Krieger halt. Also sowas. Nicht Krieger, sondern Ritter. Ritter, mein Gott, Knight. Junge. Sicher, dass die Klasse Knight heißt? Keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Oh mein Gott, ne Mimik. Ja, ist Fighter. Ja, von mir aus. Dann heißt es Fighter. Was sagt ihm die ganze Zeit, heißt Fighter? Er sagt dann, heißt es, heißt Sitter. Ja, keine Ahnung. Für mich ist das ein Fitter. Ja, ich kämpfe gegen die scheiße Mimik. Leute, ich bin Stun. Was ist das denn? Ja, ich bin dann halb von einer Sekunde tot. Leute, welches Leben haben die denn? Aha. Halbisch rum, muss man auf sie drauf kommen. Ja, gut, das erste Match. Leute. Hey, habt ihr nicht Fähigkeiten? Ihr habt doch mit E und Q Fähigkeiten, oder nicht? Ja. Ja. Ja, aber ich hab nen Dash. Achso, ja, ich hab auch nen Dash. Ja, und so nen Kreistrain-Attacke. Ach, du hast dieselbe Klasse wie ich? Ja. So, was weiß ich denn? Hat doch irgendwas anderes wieder genommen. Ne, weiter. Hey, wieso ist das Free? Egal, nimm's. Hä? Wieso sind die Essenzen Free, die ich hier kaufen kann? Also ich kann mir... Ich weiß auch nicht. Aber ich weiß auch nicht, wofür die sind. Mh, die Dinger, wenn ich irgendwas kaufen oder so. Du kannst Haltdinge damit herstellen. Ja. Du kannst aber nur, ähm, irgendwie 20 Stück von denen kaufen Free. Und dann ist es ausverkauft. Mhm, geil. Dann gehst du zum Echemisten. Gehst du auf Healing Potion. Und dann kannst du dir aus den, äh, Potion Scraft. Und dann mitnehmen. Na, warte mal, ich kauf mir irgendwas. Hm. Mhm, mhm, mhm. Äh, ist das Schild... Nein. Nein, nein. Gib mir mal das Schild her. So. Mh, gibt's hier ein Dings? Mhm. Wo man Sachen aufbewahren kann? Eine Bank oder sowas? Hm? Guck mal auf Tab. Guck mal auf Tab. Guck mal auf Tab. So... Ach so, Stash. Stash. Ah, okay. Okay, 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 okay. Habt's gesehen. Danke. Gut, komm, wollen wir anfangen oder was? Ja. Ja. Klima. Ja. Krass. Oh, alter. Wasser. Mein. Hm. Na, mal gucken, wie lange ich das, äh, schweb behalte. Ach so, guck mal, die kämen da in der Arena. Hm. Witzig. Manchmal spawnt man da unten. Was? Manchmal spawnt man da unten. Ach so, okay. Stand irgendwo Release Date da? Das stand irgendwo, also ich hab's auch noch nicht gefunden. Ist da? Oh ja, Münze. Münze in Gönnung. Ja, das nicht. Das auch nicht. Gut, dann weiter. Hä? Ah, okay. Hier sind irgendwelche Schlangen oder sowas. Ah, den Tag. Ja, cool. Digga. Boah, was? Hier hat mich erwischt. Mit der Arschen. Warte mal, wir nehmen mal das hier. So, jetzt weg. Oh, die scheiß Bogengspitzen. Warte mal, warte mal. Hab ich gesehen. Hui, 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 hui. Hab ich erwischt, die Mann, ey? Ne. Okay, mein Gott. Das war mein Plan. Äh, ich hab... Äh, Platte? Wieso? Kann ich da ranziehen? Ne, ne, vier. Ja, zwölf, drei, Max, live. Ja, das ist so. Ich finde aber gut, dass hier sich die Sachen wieder aufladen. Wie meinst du? Die Fähigkeiten. Achso. Die fähigkeiten. Die laden sich wieder auf. Naja, manche Klassen haben ja trotzdem Maler. Ja, aber wir ja nicht. Richtig. Ah! Verfluten, scheiße, was macht ihr hier? Junge. Das war ja michi. Lass mich looten, ey. Ja, warte, ich greife den erst mal von hinten an. Okay, nice. So, da ist nix mehr. Oh, Gold. Da pisse ich, Alter. Geh weg von meinem Gold. Oh, Ratten. Oh, cool. Die sind schwach. Die sind doch ein bisschen verpackt. Was war das denn grad? Ich bin grad fast in T-Pose gegangen, die Ratte. Ja, guck dir das an. Das ist ja übelst geil. Also, sehr schwach würde ich jetzt nicht nennen. Mit dem Schild, ja. Aber ohne das Schild. Was ist ein Rixx? Die machen schon ziemlich viel Damage. Sind die getroffen? Ja, weil ich halt am Ende eine Drehertippe gemacht habe. Ja, das ist natürlich ein Problem. Scheiße, ich hab ja gar keine... Ne, warte mal. Aber ich hatte Heiltränke. Ja. Oh, voll. Merkul. Oh, Kiste. Oh, die Kiste erinnert mich an Dark Souls 2. Das schligert mich. An diese Dreckskisten, die ich noch nicht aufbekomme. Oh. Okay, wo? Was gibt's denn die Bücher? Oh, was ist das für eine Hand? Kann man die berühren? Ne, ich hab da schon was aufgehoben. Kannst du nicht hier beten und dann kriegst du irgendwelche Bonis oder so. Und was ist das auf der Karte, diese komischen... Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das... Immer das so. Da ist ein Totenkopf, das ist bestimmt ein Boss oder so, ne? Michi läuft wieder alleine rum sein, ne? Natürlich, ich hab grad gelootet, die läuft einfach weg von mir. So, ich mach mal Tür auch, ne? Ja, nicht voll. Hier ist ein Boss anscheinend. Oder Viecher. So. Oh, oh, oh. Ja, die sind schwach. Okay. Nice. Ja, gut. Komm, geh nach hinten, die mal. Boah, du dreckst viel, jetzt komm her. Warte, ich komme dir nur. Komm, geh mal kurz. Geh mal weg. Okay. Komm her, du dreckst viel. Hä? Wie greif ich den denn nicht? Oh, fuck. Junge. Jetzt hör auf, rumzufliegen. Boah, das ist ein nimmiges Scheiß. Dankeschön. Okay. Äh, noch eins? Achso, ja. Oh mein Gott, jetzt komm hoch, komm runter. Achso, super, der ist einfach durch die Decke. Das geht natürlich auch. Äh, hier ist Gold. Das sind wiedergekommen? Oh mein Gott. Erfiger Bastard. Müsst du die Kisten kaputt machen, Jungs, ne? Liegt immer Gold drin, also fast immer. Hier ist noch ein Flieger. Ja, aber der kommt nicht runter. Oh, sehr gut, Flieger. Mach die Tür auf. Mach mal. Äh, und was ist mit Zeit? Ah ja, links oben, ne? Wir haben noch neun Minuten. Portale zu finden, ne? Ach, hier sind wir's. Und Gold. Mehr Gold? Ja, mehr Gold. Oh. Oh, mein Gott, ist er hinter mir. Oh, ich bin gleich tot. Wo kommst du her, Alter? Ich dachte, ich bin tot. Ne, ich lebe noch. Das ist ne Mimik, entspann dich mal. Ne, ich hab gar kein Leben. Ja, das ist, äh, schlecht für dich. Mal weg, ich mach das schon. Einfach noch hinten halten, die mal, genau. Ja, gut. Was es schön ist. Irgendwelche guten Sachen. Äh. Ja, das kann ich mir nicht. Ja, rutsch mal. Rutsch mal nach links. Rutsch mal nach links. Ja, voll daneben. Hä? Nein, zwei nur mit Absicht. Damit ich an ihm vorbeikomme, ohne Schaden zu bekommen. Voll daneben. Voll daneben, meint er. Ach so, hier, Bolt kannst du haben, Michi. Willst du damit schießen, oder nicht? Ja. Also, ich hab zwar auch eins, aber ist egal. Ist das auf dem Boden, oder nicht? Wo hast du's denn getan? Ja, ich hab einfach mal nach links geworfen. Ach so, da. Guck, da. Da. Okay. Das ist ja auch wild. Äh, schieß mal das Piedern an. Ja, gut. Nochmal. Ja, das Nachtland dauert nicht mehr. Fast tot, oder? Ja. Ja, ist gut. Immer, bis hin. Komm und zurück, sind noch zwei Ritter. So, da kämpfst du schon, der Junge. Na gut. Wollen wir die da kaputt machen, Michi? Ja, der eine kommt auch an. Die sehen irgendwie sackt aus. Geh mal zur Seite, ich drehe mich mal ein bisschen. Ja, ist gut. Na gut. Ja. So, warte ich. Hör! Ich kann nach dir rauskommen. Ja, warte so. Boah, so ein Wichser. Hä? Ach so. Geht man hier irgendwie noch nach oben, oder? Oh ja, da ist eine Kiste. Da sind zwei Kisten. Komm ran, Michi. Hey, wo bist du schon wieder? Hier ist ne, hier ist ne Dingens für dich. Hä, was? Ne Amor. Platte? Okay, ja. Ja, und ein Helm. Ja, das ist mehr Leben als mein. Brauchst du's nicht, oder was? Oh, hier ist ne Golde. Ne, ich hab'n Bissern. Achso. Ja, das ist irgendwie gut. Aber ist auch ein Boss, ne? Vorsicht. Oh, jetzt kommt er. Vorsicht, er charge, er charge mich. Äh, die noch. Boah. Du fett Vieh. Oh mein Gott. Bin falsch gescharcht. Egal. Tipp. Tot. Ja, ist okay, Alter. Jetzt geh weg. Boah, hier bist du hässlich. Geh weg. Deine Ritter kommt. Ja. Alter, der ist das hier. Alter. Ich bin übel slow. Ey, sacke. Übel slow, ich bin übel slow. Nie mal vorsichtig. Achso, okay, du siehst das. Alter, wie viel Leben hat dieses Drecksvieh? Ja, die haben viel Leben. Leute, echt. Ja, das ist runtergefallen. Ich glaube, der kann nicht. Oh mein Gott. Boah. Aua. Was sind das für komische Attacken? Links, rechts, links, rechts. Was ist das für eine Kacke? Dima looted erst mal. Ich bin nicht so langsam. Dima looted erst mal. Dima, willst du mich verarschen? Gönn dir, Junge. Gönn dir, Dima. Boah, ey. Mit Dima im Team zu spielen, ist das egal. Danke, Dima. Du brauchst mir nicht helfen. Du hast einfach zu Tode geschafft. Ich dachte, du fliebst jetzt auch noch runter, ey. Nee, da war ja ein Zaun. Oh mein Gott. Naja, aber da fährt Dima eine gute Auslastung bekommen. Da fährt Dima gut aus. Das ist wichtig, Michi. Alter, wie viel Leben denn noch? Jetzt sowas kreit doch. Ich hab keinen Bock mehr auf das Vieh, ganz ehrlich. Ja, okay. Dima, hallo? Guck mal. Du musst schon mal. Was muss ich? Ja, jetzt erzähl Michi. Du musst ein bisschen weiter zurück. Ja, ich muss. Ja, tot sein. Das ist ehrlich. Leben hat ihr so viel, ey. Und tot. Sehr gut. Alter, okay. Na, kann ich nur noch gerne eine andere Klasse ausprobieren? Ja, mach mal. Ist die halt schon dann weg oder kann man... Ist das egal? Nee, die bleibt. Wechsel nicht die Klasse? Hast du das so gefragt? Ja, ob die weg ist dann quasi? Nee. Wie bei den ganzen... Wie bei Dark and Darker? Nee, nee. Du kannst mehrere haben.